Hallo, hallo, Soundtest 1, 2, 3, ja, funktioniert. Gestern habe ich irgendwie mal wieder einen Stummfilm-Vlog gemacht, das lag aber daran, dass mein Rechner irgendwie 2, 3 mal oder sogar 4 mal in den Blue Screen Modus ging und dann irgendwann stand da USB-Port nicht erkannt und ich habe nicht darauf geachtet, ob mein Mikro ausschlägt oder nicht, ich habe also 4 oder 5 Minuten lang geredet und geredet. Und ja, man möge mir das nachsehen, im Zweifelsfall muss ich irgendwann mal noch Untertitel machen, aber ja, das ist eher aussichtslos, denn ich weiß gar nicht, was ich gestern gesagt habe. Heute ist Donnerstag, der 4.7.2019 um 5.53 Uhr, um 5.01 Uhr oder so. Bin ich wach geworden und dachte mir so, musst du nicht längst wach sein? Hast du den Wecker nicht gestellt? Äh, wie spät ist denn? Und dann sagte Alexa so zu mir, ja, es ist erst 5 Uhr. Ich so, oh shit, eine Viertelstunde hättest du noch pennen können. Na, was soll's? Wecker aus, aufgestanden. Ja, und dementsprechend früh, in Anführungsstrichen, bin ich heute dran. Ich mache mich gleich auf den Weg ins Büro und dann gucken wir, was der Tag heute so bringt. Äh, heute ist Teammeeting, vielleicht, vielleicht auch nicht. Äh, dann ist heute Haare schneiden angesagt. Nadine wird heute im Laufe des Tages hier bei mir sein und mir die Mecke ein bisschen kürzen. Sie ist schon sehr voluminös wieder und da muss ein bisschen hier und da abgeschnippelt werden. Äh, und heute Abend ist von der Firma aus von 18 bis 20 Uhr eine Führung durch den Bundestag. Das haben die verlost, weil es scheinbar mehr Interessenten gab als Plätze. Und dann gehen, glaube ich, 20 Kollegen von Toll Collect zu so einer Führung durch den Bundestag. Und ich habe das Glück, dass man mich auch auserwählt hat. Und das heißt, ich werde heute irgendwann gegen 17.45 Uhr mit dem Fahrrad zum Bundestag fahren, das da anschließen und dann bis 20 Uhr diese Führung mitmachen. Ja, äh, zwischendrin muss ich noch Wäsche waschen, Bettwäsche. Äh, Arni und Buff sind ja für eine Nacht zu Gast hier und die sollen nicht in meinem benutzten Bettzeug schlafen, also wird das gewaschen. Äh, Wäsche so waschen, mal gucken. Äh, ein bisschen aufräumen noch, das Bad nochmal auf Hochglanz polieren, damit das, äh, einigermaßen gut ankommt bei Fräuling und, äh, Buff und Arni. Ähm, und dann werde ich versuchen, heute möglichst früh ins Bett zu gehen, denn ich merke, äh, dass ich irgendwie immer müder bin am Morgen. Ich habe zwar gestern Energy getrunken, um durch den Stream zu kommen. Naja, ich hätte ihn eigentlich, glaube ich, nicht wirklich gebraucht. Also so hundemüde war ich jetzt auch nicht, aber ich merke jetzt gerade, ich könnte doch gut zwei, drei Stunden schlafen, aber dem, ja, ist leider nicht so, denn ich will ja früh im Büro sein, um früh Feierabend zu machen. Wir haben gestern Witcher gespielt, den dritten Tag in dieser Woche, und insgesamt haben wir jetzt zehn Stunden Witcher gezockt. Man hat mich gestern nochmal freundlich überredet, doch eine Stunde länger zu machen, bis, äh, 21 Uhr, 17 bis 20 Uhr war dann doch nicht genug, so nach dem Motto. Und so haben wir Montag 3, Dienstag 3 und Mittwoch vier Stunden Witcher gespielt. Und wir sind jetzt auch nicht wirklich weit, wir sind immer noch in Akt 1, aber das ist okay, wir haben ja Zeit. Und das war gestern ganz gut. Ich habe gestern eine Menge Quests beendet, bin mittlerweile Level 6 oder 7, ne, ich glaube Level 6, äh, und, äh, finde, dass das ein durchaus schönes Rollenspiel ist. Es ist alt, aber, ja, so ist das nun mal. Es ist zwölf Jahre alt, man sieht das an den Grafiken, man sieht das vielleicht auch an den, äh, Clunky Mechanics, habe ich gestern geschrieben in einem englischen Stream. Also, dass es ein bisschen schwierig zu steuern ist, aber, ja, es ist alles gut. Gut. Ja, und heute, morgen, übermorgen und am Sonntag wird es, wie gesagt, keinen Stream geben, weil keine Zeit dafür da ist. Heute früh schlafen, morgen 14.30 Uhr, 15.00 Uhr Feierabend machen und dann, äh, hier Leute empfangen zu Hause. Zum einen wird Frau Ling und Frau Niesmuschel hier sein, oder zumindest Frau Niesmuschel ein paar Sachen einlagern für den Grillnachmittag am Samstag und schon mal ein paar Salate vorbereiten und zum anderen wird Herr Sohne nach der Arbeit, ich glaube, der hat 15.00 Uhr Feierabend, äh, hierher kommen und dann werden wir irgendwann uns auf den Weg machen und dann sind wir irgendwann so zwischen 16, 16, nicht, 18 und 19 Uhr, äh, im Schnitzelkönig und werden uns da die Bäuche vollhauen mit leckersten Schnitzeln in verschiedensten Variationen. Der Dennis wird wahrscheinlich einen Hawaii-Schnitzel nehmen mit Ananas und Käse überbacken, äh, die Frau Muschel, was wollte die denn, einen Hamburger Schnitzel, glaube ich, mit Ei, Spiegelei drüber, Herr Sparrow, ich weiß nicht, ob er wieder das Florida isst oder doch was anderes, äh, ich weiß gar nicht, Germaine wird wahrscheinlich irgendwas mit Bacon nehmen, extra Bacon, äh, wir gucken einfach mal. Ja, äh, morgen ist dann auch ganz normal arbeiten, aber nicht so lange, ich glaube, nur sieben und halb Stunden mache ich morgen, vielleicht mache ich morgen auch noch sechs Stunden, mal kicken. Ja, und dann freue ich mich schon auf das Wochenende, das wird, glaube ich, richtig schön. Zweimal schlafen hat der Sparrow gestern geschrieben, heute ist es nur noch einmal schlafen und dann geht's ab nach Berlin. 15 Leute sind da, äh, und wir kicken mal, wie das so wird. Benni hat gestern noch eine Soundbox bestellt, nicht eine Bar, aber so eine transportable Sound-Dings da, weil, äh, Tobi irgendwie doch vergessen hat, die mitzunehmen oder sie irgendwo anders verliehen hat. Äh, mal gucken, ob das alles noch pünktlich ankommt, dann auch entsprechend aufgeladen werden kann. Äh, wir kicken mal, mal schauen. Ich hoffe, Benni wird heute und morgen tagsüber streamen, denn, äh, er hat spät, das heißt, er muss irgendwann 15 oder 16 Uhr anfangen, das heißt, er könnte uns durchaus am Vormittag mit dem einen oder anderen Stream beglücken, aber ich weiß nicht, wie motiviert er ist. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Gut, das ist es von mir, wir sind jetzt schon wieder fast bei 7 Minuten, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Donnerstag, kommt gut durch den Tag. Drückt mir die Daumen, dass heute mit meinem Zeitmanagement alles gut verläuft. Und wir sehen uns morgen früh, auch wieder so gegen 6 Uhr, mit einem weiteren täglichen Vlog aus Berlin vom Tarnes B. Der Vlog mit dem T. Also, ich wünsche euch was. Rinja Hohen und, äh, bis später. Tschüss.